SD-Works. Leidenschaft und ergebnisorientierte Innovation für Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Integrität. Heute und für die Zukunft. Herzlich willkommen beim Videorückblick zur Personaltagung 2018. Das Wissensforum für Personaler stand diesmal unter dem Motto Mehr Zeit für Zukunft. Was darunter zu verstehen ist, erfahren Sie hier im Videointerview mit Dr. Marc Eger. Welche Rolle spielt die Digitalisierung heute in den Bereichen Payroll und HR und wie sieht die digitalisierte Branche in fünf Jahren aus? Digitalisierung ist grundsätzlich wichtig, aber die Digitalisierung alleine hilft uns nicht wirklich weiter. Wir müssen intelligent digitalisieren. Wie es so schön heißt, einen schlechten Prozess zu digitalisieren, ergibt uns am Ende einen schlechten digitalen Prozess. Das hilft nicht. Wir müssen also intelligent mit guten Werkzeugen digitalisieren, um zum Ziel zu kommen. In fünf Jahren wird die Automatisierung sehr viel weiter fortgeschritten sein. Automatisierung zusammen mit Digitalisierung sind, glaube ich, die Stichworte für jetzt und für die nahe Zukunft. Das heißt, wir werden bei der SD-Works sehr stark in Automatisierung investieren und sind dort auf gutem Weg mit unserem digitalen Assistenten. Was erwartet Ihre Kunden in den kommenden Jahren und welche Strategie verfolgt SD-Works? SD-Works verfolgt erstmal eine Drei-Schritt-Strategie, nämlich Globalisierung, Internationalisierung, Fokussierung auf den Kunden und Digitalisierung. Die drei Dinge sind die wichtigen Standbeine. Weshalb sind Veranstaltungen wie heute in Zeiten von E-Learning dennoch wichtig? Für SD-Works steht immer der Kunde im Vordergrund und bei einem E-Learning kann man den Kunden nicht gut erreichen. Das ist immer eine digitale Interaktion, die quasi mit einer Maschine funktioniert. Wir leben aber davon, wir sind ein Personalgeschäft. Wir leben davon, mit Kunden, mit Menschen zu interagieren. Und deswegen sind solche Veranstaltungen wahnsinnig wichtig, um wieder näher zum Kunden zu kommen und die Nöte, aber auch die guten Seiten zu hören, um darauf reagieren zu können. Durch welche Leistungen gewinnt SD-Works neue Kunden? Wir gewinnen neue Kunden vor allem dadurch, dass wir den technischen Fortschritt mitnehmen, dass wir uns im technischen Fortschritt weiterentwickeln, dass wir aber, wie gesagt, nicht den Kunden stehen lassen und die menschliche Komponente in unserem Geschäft immer im Vordergrund behalten. Dankeschön. Mehr Informationen zu SD-Works-Lösungen, zu Seminaren und Events erhalten Sie auf sdworks.de SD-Works. Payroll und HR für Ihren Weg zum Erfolg.